hey Leute ich bin's wieder NCB Gaming jetzt wie gesagt im letzten Video Yo Youtube was gelap und herzlich willkommen zu diesem erweiterten Video von mir ähm ich hab hier mit zwei Kumpels ein Sniper Duell aufgenommen und ja dann tschau ja ich fühl mich dann irgendwie voll scheiße hä warum? weil man da ankommt mit so ner Longboard ja und wie gesagt im letzten Video machen wir jetzt das ja 3 gegen alle sagen Yo Youtube ähm ach man wie lange hab ich denn nicht ja ich steh hier mitten in nein warum ich springe ich hab so ne Reflecht um aus der Kampfzone zu jumpen ne ja da kam er von hinten mit seiner jaaa oh kriegt denn unser Profe immer nur VG spiel da ne keine Ahnung vollstreiter ach Junge ey jetzt spiel ich auch als VG da hardscope incoming erledigt komm ich hab ne Wache nicht gezockt ach ha 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 ja ich hab Thermal drauf damit kann ich nicht spielen jaaa drei drei ja drei ja drei drei also unser kleiner freund hier der die ist ja gleich der echte Gags und also der hat hier eindeutig darf kontrolle und hex am starr ist klar ja ich hab immer hex an weißt du niklas vor der war Alter... alter... Eih, ich kann nicht... ich muss den nachmachen, ey... von hinten! Na wohl damit! Du bist aber wohl am Gammel da hinten, ne? Ja! ja genau vom spiel ausgeschlossen ich habe eine woche nicht gezockt deswegen hat so gestern immerhin ja immer das ausreden vorgab zu zuschlagen du bist bei mir ist man nur christian immer mit seinem einer pink vollstreikerabschuss wenn ich deswegen jetzt verliere dass ich mein ladekabel nicht angeschlossen hat das wäre sowas von scheiße blackout was ja zwei auf mich und ich will es immer noch gegen den könig Niko nein ok Niko taktisch mitdenken ist wohl nicht so Spawnlogen nein kannst du nichts machen nein ich treff nix mann wo ist Niko ich glaube ich soll einfach mit innen ich glaube ich nicht den gucke ich mir jetzt an ja ist klar christian am hardscopen ok dann hardscope ich jetzt auch ich bin christian wieso treff ich denn nix guck dir den an ja zwei auf einen alter komm kannst du bitte christian ans last nehmen ja jetzt kann sie nix mann ach scheiße ok 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 last kill 360 ok nein hin als sie ja auch nur die die Ex-Pierre das Wurzeln ja leute das Wasser mit unserem Video wo wir so ein bisschen gegeneinander gesniped haben ich hoffe es hat euch gefallen nicht wundern dass ihr im Hintergrund einfach mal Minecraft sieht ich hatte nix mehr zur Abmoderation ja ihr könnt auch gerne mal bei meinen Bro vorbeigucken hat jetzt erst fünf Abonnenten der steht auch unten in der Videobeschreibung den könnt ihr auf jeden Fall auch mal abonnieren macht richtig geile Videos dann bis zum nächsten Mal Leute